Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Wir sind normale Menschen, wir sind wie du, Menschen, die jeden Morgen ausdenken, um studieren zu gehen, zur Arbeit zu gehen oder einen Job zu finden. Menschen mit Familien und Freunden, ja, wie es ist, wie du. Wir sind besorgt und wütend über die Korruption, mit Politikern, Geschäftsleuten und Bänkern, ja, die Gier nach Macht. Und deren Beschränkung auf wenige Menschen bringt Ungleichheit, Spannung und Ungerechtigkeit mit sich. Und das wiederum für Zugewalt, die wir jedoch ablehnen. Empört euch, empört euch, komm mit uns auf die Straße. Empört euch, empört euch, komm mit uns auf die Straße. Empört euch, empört euch, komm mit uns auf die Straße. Wir sind nicht gegen das System, das System ist gegen uns. Ja, was wir fordern, ist echte Demokratie. Jetzt und sofort. Die Politiker repräsentieren uns nicht, ja, wir kennen sie nicht an. Wir sind nicht gegen das System, das System ist gegen uns. Wir sind nicht gegen das System, das System ist gegen uns. Wir sind nicht gegen das System, das System ist gegen uns. Wir sind nicht gegen das System, das System ist gegen uns. Wir sind nicht gegen das System, das System ist gegen uns. Wir sind nicht gegen das System, das System ist gegen uns. Wir sind gegen das System, das System ist gegen uns. Wir sind gegen das System, das System ist gegen uns. Wir sind gegen das System, das System ist gegen uns. Wir sind gegen das System, das System ist gegen uns. Wir sind gegen das System, das System ist gegen uns. Vielen Dank.